halli hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge planet base ja gestern in der folge haben wir ja endlich die 200 geknackt und ja ich würde sagen heute ich weiß nicht ob wir es in der folge schon schaffen sehen wir mal zu dass wir die 300 knacken und dann müssten wir eigentlich einen neuen planeten spielen können mal gucken was das dann wieder für eine herausforderung wird aber bis dahin ist es noch ein kleines weidchen so was müssen wir den achten strom sollte eigentlich genug reinkommen handelsschiff was hat das denn dabei braucht man nicht kommen entlassen wichtig ist jetzt hier dass wir es steht auch schon genug fressen das hat sogar schon wartungsbedarf da steht jemand ok gott muss das sein jetzt müssen ja eigentlich die typen ausrücken und müssten das eigentlich gleich mal in den griff bekommen und die typen nämlich auf irgendwas schießen was denn hier los die haben sie weg da sind schon ein dringlinge da ist einer gestorben drei kolonisten gestorben ist kann heute nicht ernst sein ok es gibt mir gerade tierisch auf den sack deswegen stehe ich das jetzt aus da habe ich keinen bock mal drauf wir kriegen hier kommt wo kommen denn noch die besucher her kommt hier ich habe die ausgestellt so wie es so wie es aussieht sucher sind aus ok komisch bringt mir das nämlich gar nichts wenn die die ganze zeit hier verrecken da ist es ein bisschen dumm wenn die verrecken wo jetzt beobachten wir mal unsere energie obwohl die nacht ist ja auch schon wieder gleich rum und die dinger drehen sich auch ganz schnell also von daher braucht man da eigentlich nicht darauf achten ja jetzt geht es wirklich nur darum noch ein bisschen zeit abzusetzen sieht soweit ganz gut aus dass ich mehr reparabel so sagen wir hier und der den scheiß wieder was ist das denn baubot brauchen wir nicht wir bauen nicht mehr ob es auskommen kolonisten ja immer schön fleißig hier ernten mal gucken wie sieht es denn mit dem fressen aus es sinkt sinkt auf jeden fall na gut das hat man so stellt sich dann sowieso her es geht aber rapide nach unten sich sollte ich könnte ja noch mehr jeden bauen das problem ist ich habe einfach die angst was haben wir denn hierhin gebaut salat dann könnten wir jetzt hier mal anfangen noch mal so hat einfach nur angst dass sie jetzt nicht auf der reihe kriegen und nicht schaffen weiß mal so da passt nicht hin aber hier passen noch zwei okay die passen auch nicht mehr okay na gut das reicht aber auch erst mal jetzt noch mal ein handelsschiff das nehmen wir mit brauchen wir noch irgendwas sieht soweit ganz gut aus ja reicht brauchen nicht mehr so viel krill handeln zack warum haben die hunger alter na gut trinken tut die gleich essen holen die sich äh da werden auch gebaut naja kriegen das schon hin glaube ich da liegt schon wieder erstes fressen kram das ist doch da ist alles da also müssten sich bloß holen ja das dauert wohl noch ein bisschen theoretisch reicht es wirklich wenn wir nur uns nur auf das kram ja die hier konzentrieren schon fast die betten alle folgen nö die müssen sich dann halt nur ein wenig bewegen okay die nehmen wir natürlich alle mit ich brauche mal nicht bauen aber das nehme ich ruhig noch mit haben wir noch irgendwas nein transport bot bau bot bohr bot könnte man noch nehmen so 506 weiß dann sowieso nicht ob man ob man dann neu anfängt oder ob man wenigstens ein paar sachen behält ich habe keine ahnung wir werden es sicherlich bald merken braucht da noch tische oder was genau wasser wasser noch mal tische krieg ich hier nicht hin ne 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 ok dann sollen die das da bauen ist mir auch recht ist mir auch recht ah das sieht nämlich nicht gut aus dass die das einfach so packen glaube ich arbeiten zwar hier dran aber naja wir werden es merken wir werden es merken kolonisten sind hier gekommen der wasser ist drinnen handelsschiff gelandet Ähhhhh War auch mal eigentlich auch nicht unbedingt Aber gut Die 105 machen uns jetzt nicht arm So Nehmen wir schon wieder alle Irgendwelche Ausrufezeichen über die Birne Der hat Hunger Warum der Hunger hat Na gut die Tische sind voll ne Oh gut Lässt doch die Tische voll sein Juckt mich doch nicht Die stehen doch auch auf Hier ist genug Platz Die können alle essen Schlafen können die auch Also wenn wir sie haben Boah Ist das natürlich Stau im Elbtunnel hier Das sieht natürlich unsere Bilanz wahrscheinlich erstmal nicht mehr so gut aus Das hilft nichts Wieso braucht der denn Wasser Kriegen die kein Wasser sag mal Was ist denn mal mit denen los Ist die blöd Ist doch genug Wasser Dinger Verstehe ich nicht Absolut nicht Kann ich Nie nachvollziehen Dass die hier kein Wasser haben Stehen überall diese Wasserspender rum Wirklich überall Wir sind auch massig Ja gut Wir werden es Wir werden es hinbekommen sag ich mal Aber Schon nervig Und ja Das Essen wird langsam Na gut Hier geht es jetzt noch Aber wir werden Mit dem Essen Weniger Hier steht die nächste Kuppe Aber hier ist noch Liegt noch ganz gut Sieht noch ganz gut aus Hier stapelt sich auch ein bisschen Und ja und in den Lagerkram Liegt ja auch noch Kram rum Also von daher sollte Das bis zu unserem Erfolg zumindest Reichen Ja 237 Äh Da war schon wieder irgendwas Was mir schon wieder nicht gefallen hat Äh Komm schon Wieso denn Äh Ja Was mache ich jetzt Dann mache ich den weg Und dann Kriege ich den da hoffentlich hin Brauche den nicht unbedingt Ja Kriege ich den Auch ein größer Komm mit dem größer Ja 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 Schön Mann Geh doch an die Seite Äh So War fertig Den Dreck Ich weiß nicht warum Da kein Sauerstoff Drin ist Jetzt kommt es aber Wieder ein bisschen rein Aber Sind das einfach Zu viele Leute Oder was ist hier los Ist doch gar nicht Wollte er gerade Hier landen Äh Ja Okay Nein Ich brauche Dein Zeug Das Zeug brauche ich nicht 243 Es wird Es wird Es wird Es ist nur eine Frage Der Zeit Eingehende Nachricht Ein Raumschiff Mit einer mittleren Großen Gruppe Gefährd Ja Komm Schick Geil Boah Wieso ist der nicht stamm Der wurde erschlagen So viel laufen Ja Ah Nein No 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 Die alle liegen Die haben alle Hunger Alter Fuck Off Nein Ich kann hier eh nichts mehr bauen Na klar Eindringlinge Vor allen Dingen Alter Schießt mir doch nicht meine Kack Arbeiter Tod Ihr blöden Kleinen Pisser Ich muss mal unbedingt gucken Wie viele Dings ich noch habe Nein Äh Ähm Soll ich das hier nochmal Hier ne Wie viel Ne Insgesamt Wieviel habe ich davon noch 19 17 sind bewaffnet Also Äh Was ist denn Was geht denn hier ab Alter Die haben alle Hunger Und Verstehe ich nicht Dass die jetzt hier so einen auf Bau bot Bau bot Wieso fangen die jetzt hier an Noch mal Kurz vor Schluss Hier Äh Einen auf den Dicken Zu machen Kein Platz für die alle Oder was Die haben alle Hunger Wieso haben die Hunger Dann fress doch was Verstehe ich nicht Alter Was geht hier ab Einmal haben alle Hunger Hilfe Wir haben doch genug zu essen da Verstehe ich nicht Verstehe ich nicht Oder geht unser Essen jetzt echt rapide runter Nö ist doch genug da Verstehe das nicht Verstehe ich das die hier nicht Kann doch uns wo mehr was hin bauen Hier Kein Platz mehr Dass ihr in der Nähe fressen könnt Gehe ich nicht Gehen geht das auch nicht Nö Müsste jetzt mal mit klarkommen Ganz einfache Kiste Könnte ich mal hier mehr Doch hier Hier konnte ich eben noch Ein großes nicht Kann gerne hier noch ein kleines inbauen Wenn euch das mehr bringt Ist das weg Oh sorry Es sind nur noch Kästchen alter Boah Hier steht überall Essen rum Also kann mir keiner erzählen Dass das Daran Äh Liegt Ich muss auch nicht hin Noch Wasserspender genug Gehen uns die träger Oder irgendwas Ich hab keine ahnung Keine ahnung Warum die jetzt hier so ein Auf maximum Ähm Nein 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 Ich jetzt Geht das jetzt wieder Ist immer noch anständig Wir kriegen es nicht mehr hoch Scheiße Der Strom ist mir gerade scheißegal Boah, jetzt muss ich echt Hoffen, dass wir das irgendwie noch über die Bühne kriegen Hier Ähm Brauchen wir doch noch ein paar Arbeiter hier Machen wir 50% Arbeiter So Jetzt haben wir alles nochmal ein bisschen mehr verteilt Krass, ey Die haben alle Hunger und kriegen nichts Was mit den Leuten? Los Halt die Wand fest Krass Oh, oh, oh Ich ahne Böses Ich ahne Böses Ich muss irgendwo jetzt hier schleunigst Das auf die Reihe bekommen Sonst gibt's Problem Problem, Problem Es sind genug Tische da Aber die Dinger können das nicht Ja Jetzt krieg ich auch noch so ne Pisser, ey Boah, jetzt bin ich Jetzt krieg ich ja langsam echt Hass Ist alles gelb Alles gelb, Alter Essen ist genug da Aber anscheinend nicht die Kapazität, um die Leute zu Beschwichtigen mit Essen Was haben wir denn hier? Bau-Bot Bau-Bot Brauchen wir alles nicht Komm hier Scheiße Ich hoffe, das geht irgendwie gut Ich hoffe, das geht irgendwie noch gut Die laufen halt hin und her, hin und her, weil sie überall Nix bekommen Was machen wir denn jetzt? Ich meine, ich krieg Immer Wieder was Aber Immer wieder neue Leute Aber Das ist es Damit ist mir auch nicht geholfen Nice Ähm Ich muss bleiben Wie löse ich denn das jetzt? Keiner ne Idee? Danke Ähm Ja, da mach ich Es hilft nichts Ich brauch den Platz Ich muss hier irgendwie Das Werkstätten bauen Kann ich bestimmt noch eine bauen, oder? Na gut, wenn die das da alles wegkamen Dann Ich glaube, es sterben auch schon Leute 55 56 Es kommt zwar noch mehr, aber Ah Gott, oh Gott, oh Gott Ich hoffe, das geht gut Alles klar Ähm, wir sind sowieso Mit dieser Folge am Ende Ich hoffe, wir kriegen das noch auf jeden In der nächsten Folge Morgen sehen wir es Ob wir es schaffen oder nicht Ich hoffe, wir schaffen es Alles klar Macht's gut Und bis morgen Äh Unsache Das war's für heute.